Auf Zucker zu verzichten ist nicht die Lösung, wenn du nachhaltig atmen möchtest. Und es gibt so viele Personen, die ganz stolz jedem in ihrem Bekanntenkreis erzählen, hey, ich verzichte jetzt auf Zucker und ja, ich habe schon die ersten Kilos verloren und in 99% der Fälle sieht man diese Person nach 3, 4, 5 Monaten, wie sie wieder Schoki isst, wie sie wieder Kuchen isst, aber sie verzichtet ja auf Zucker. Oder sie ersetzt den bösen Haushaltszucker durch Agavensirup oder Honig, was kein Stück besser ist. Ich würde sogar ehrlich gesagt empfehlen, lieber Haushaltszucker zu verwenden, statt Agavensirup. Und Agavensirup hast du einfach nur einen Haufen mehr Fruktose und mit dem Haushaltszucker hast du immerhin nur noch oder knapp 50% Glukose, 50% Fruktose, was auf jeden Fall schon mal deutlich vorteilhafter ist für deine Gesundheit. Darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es soll eben darum gehen, warum dauerhaft auf Zucker zu verzichten nicht die Lösung ist. Und du brauchst Zucker, du brauchst Kohlenhydrate, um fit durch den Alltag zu kommen. Du brauchst jetzt nicht super, super viele Kohlenhydrate, sondern vielleicht gar nicht mal oder relativ wenige Kohlenhydrate, aber du brauchst Kohlenhydrate. Es sei denn, du ernährst dich ketogen und bist in der Ketose, dann brauchst du natürlich keine Kohlenhydrate, aber das sind wohl die aller, aller wenigsten Personen, die hier zuschauen. Und dann die aller, oder ich würde sagen wahrscheinlich über 95% der Zuschauer, haben sich noch nie ketogen ernährt. Und deshalb merke dir, dein Gehirn braucht Glukose. Ohne Glukose funktionieren wir nicht. Und natürlich ist es abhängig von unserer Aktivität, wenn du Leistungssportler bist und noch ins Fitnessstudio gehst, und auch dies und jedes machst, dann brauchst du natürlich relativ viele Kohlenhydrate. Wenn du einen Bürojob hast und keinen Sport machst, brauchst du natürlich nicht so viele Kohlenhydrate und sie sind einfach unnötig. Es ist im Prinzip wie das Brennholz, was du ins Feuer wirfst. Und wenn du ein sehr, sehr großes Feuer hast und sehr viel beheizt werden musst, weil du, blödes Beispiel jetzt, aber sehr, sehr aktiv bist, dann kannst du natürlich auch ordentlich viel Holz reinwerfen, ohne dass irgendetwas passiert. Wenn du nur eine sehr kleine Flamme hast, dann brauchst du natürlich nicht so viel Brennholz. Und wenn du da super, super viel Brennholz reinwirfst, dann passiert einfach gar nichts. Es liegt einfach nur dort rum und du musst nachher wieder hinkommen und das Holz einsammeln und irgendwo zur Seite bringen und in die Fettdepots bringen. Die Denkweise, dass Zucker der Ursprung allen Übelns ist und die Denkweise, dass Zucker der Grund ist, warum Menschen heute übergewichtig sind, wird dir sogar eher schaden. Zucker, Kohlenhydrate sind nicht der Grund für Übergewicht. Und Zucker ist nicht das süchtig Machende in den Lebensmitteln. Und je mehr Zucker, desto besser finden wir es. Kleines Beispiel. Hast du jemals Verlangen nach Haushaltszucker gehabt? Hast du dir jemals gesagt, ja, so einen schönen dicken Finger durch den Haushaltszucker, das schmeckt? Nein, du hast überhaupt kein Verlangen nach Haushaltszucker. Du hast aber Verlangen nach einem Rindersteak. Wie kann das sein, wenn da gar keine Kohlenhydrate sind? Es macht eben viel mehr aus. Und der pure Zucker ist es nicht, was uns süchtig macht, wenn man das so sennen möchte. Es sind viel mehr Komponenten, die dahinter stecken. Und dazu werde ich auch mal ein separates Video machen, was uns wirklich süchtig macht und wonach wir wirklich, ja, ich sag mal, genetisch veranlagt verlangen haben. Aber der Zucker ist es auf jeden Fall nicht. Und wenn du in deiner aktuellen Atemphase versuchst, Zucker möglichst aus dem Weg zu gehen und womöglich sagst du dir noch abends auch möglichst auf Kohlenhydrate verzichten, lieber am Morgen, dann muss ich dir sagen, lebst du in einer Welt von Mythen, von falschen Dingen. Und du machst dir das Leben unnötig schwer. Und wenn du aktuell versuchst, auf Kartoffeln zu verzichten, auf Paprika zu verzichten, auf möglichst viel Obst zu verzichten, dann bist du meiner Meinung nach auf dem Holzweg. Zumindest machst du dir das Leben unnötig schwer. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass du das dein ganzes Leben lang so machen kannst. Und ich will nicht sagen, dass genau das Gegenteil der richtige Weg ist, dass du möglichst viele Kohlenhydrate essen musst. Weil, wie gesagt, es macht keinen Sinn, möglichst viel Brennholz und etwas zu werfen, wo keine große Flamme ist. Und wenn du deinen Alltag eben relativ inaktiv gestaltest, brauchst du das auch nicht. Aber der Kohlenhydratkonsum und das Übergewicht sind nicht proportional. Es ist nicht so, je weniger Kohlenhydrate dir ist, desto besser nimmst du ab. Und das hast du wahrscheinlich schon an der eigenen Haut gespürt und eigene Erfahrungen damit gemacht. Und da beziehe ich mich nochmal auf mein Video, wo ich sage, die Low-Cap-Falle, wo man dann irgendwann drinnen steckt. Man nimmt zwar nicht mehr ab, aber man weiß, okay, wenn ich jetzt wieder Kohlenhydrate esse, dann nehme ich wieder zu. Und dann bist du auf deiner ewigen Stagnation und irgendwann sagst du, ach, scheiß drauf und du nimmst wieder zu. Deshalb mein Tipp an dich. Reduziere nicht einfach unwissend irgendwie deine Kohlenhydrate und hoffe, dass du erfolgreich abnimmst, sondern fang an zu verstehen, was du tust und wie dein Körper funktioniert. Und dann musst du dich nicht unnötig einschränken. Und das ist der erste Schritt, den du tun solltest auf dem Weg zu deiner nachhaltigen Wohlfühlfigur. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen.